Nach einem Schiffbruch gerät unser Held in klassischer RPG-Manier in ein Abenteuer rund um vier magische Kristalle. Diese befinden sich in den falschen Händen und bringen die Welt dadurch aus dem Gleichgewicht. Zusammen mit drei Mitstreitern macht sich der Held auf den Weg, die Kristalle zu finden und die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Square Enix und Claytech Works bieten uns hier eine brandneue Geschichte in einer neuen Welt, die nichts mit den Vorgängern der Bravely Default Reihe zu tun hat. In einer bunten Fantasy-Welt wird eine klassisch gehaltene Geschichte erzählt und mit abwechslungsreichen Landschaften und wunderschön gezeichneten Königreichen untermalt. Die oftmals klischeebehaftete Story wirkt manchmal etwas abwechslungslos und flach, wird aber durch ein grandioses Kampfsystem und einer riesigen Auswahl an Charakterklassen in Form von Jobs aufgewertet. Bravely Default 2 nimmt klassische Oldschool-RPG-Elemente und mischt sie mit frischen Mechaniken und modernem Aussehen. Wer ein taktischeres, rundenbasiertes Kampfsystem mag und sich mit Charakterklassen auseinandersetzen will, wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.